Pepper ist abgegeben worden, weil sein Herrchen sich nicht mehr um ihn kümmern konnte. Er ist stubenrein und kann nach Eingewöhnungszeit auch stundenweise alleine bleiben. Er fährt gerne im Auto mit und er geht auch sehr gerne spazieren. Bei Artgenossen geht es bei ihm noch Sympathie. Katzen findet er nicht so toll. Er freut sich sehr auf eine zweite Chance zum Glücklichwerden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017